Lust auf bunt? Lust auf vielseitig? Dann solltest du dir jetzt ein dickes Kreuz in deinen Terminkalender machen. Denn das nächste Highlight in Ottersweiher steht schon bald vor der Tür. Stimmungsvoll und abwechslungsreich präsentiert sich das Herbstevent am 9. Oktober 2016 und öffnet erneut seine Tore von 11 bis 18 Uhr für groß und klein. Über 60 Aussteller präsentieren sich mit ihren Fähigkeiten und begleiten deinen Besuch mit einem bunten Rahmenprogramm. Lass dir dieses Event nicht entgehen. Der Verein Handel und Handwerk Ottersweiher freut sich riesig auf deinen Kommen. Weitere Informationen hierzu findest du auf www.handelhandwerk-ottersweiher.de